So, das Problem ist, ihr müsst wirklich diesen Schlüssel finden. Also dieses Papier finden, wo draufsteht, dass ich zum Hundehaus muss, weil sonst findet er den Schlüssel nicht. Haha, daneben. Hulenbock, Hulenbock, schalalalala. Okay, äh, gleich rechts. Äh, was wollte ich sagen? Ja, ich finde das jetzt einfacher, weil, ähm, das Radio rauscht. Ich finde, das macht's auf jeden Fall einfacher. Ja, weil somit, ähm, wisst ihr, ob da irgendwas ist? Ich meine, bei Resident Evil hört ihr zwar die Zombies ein bisschen grunzen, aber, ähm, manchmal wisst ihr da auch nicht wirklich was abgeht. Da dürft ihr auch quasi raten. Und deswegen finde ich das jetzt hier doch besser. Also, einfach nur aus diesem einfachen Grund, äh, dass es diese kacken Dinger gibt. Immerhin etwas, ne? Ich hab gemerkt, Fuselum macht das auch. Ich hab schon, äh, angefangen aufzunehmen, als er schon, äh, mittendrin war quasi. Ähm, ich war auch bei ihm ein Gast, bei einem Part, aber, was, ach so ja, stimmt, es wird dunkel. Oh, nein! Als ob er nicht wüsste, was los ist, ne? Okay, die Musik ist auch ein bisschen creepiger geworden. Moment, ich muss mal ein bisschen den Boxen leise stellen. Ich hoffe, alles ist okay, weil ich hab keinen Bock, das nochmal aufzunehmen, Mensch zu sein. Okay, was haben wir hier da? Okay, nix. Kommen wir weiter. Boah, diese Tür. Wie die aufgegangen ist. Gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. So, erst mal geradeaus, äh, moment, geradeaus und dann, geradeaus und dann rechts. Ja. Ja, war ja klar. Das ist bestimmt jetzt falsch, ne? Nö, ist doch richtig. Dann hab ich den wieder nach links, okay. Naja, im Endeffekt kann ich auch nicht nirgendwo anders hin. Auf der anderen Seite ist ja das X. Also es ist jetzt dunkel, ich will einfach nur direkt zur Schule gehen. Ich nehme auch, das Auto können wir nicht nehmen, weil es wäre ja sonst zu einfach, ist ja klar. So, deswegen laufe ich jetzt einfach zur Schule durch. Nö, mein Mikroton am Mund. Es ist fast in den Mund gekommen, ey. Und ich freue mich immer noch, diese Aerodactyl-Dinge, was soll die Scheiße? Wer kommt auf so einen Scheiß? Das ist bestimmt nicht die, ne, das ist die nicht. So. It's locked, natürlich, ist das das. Silent Hill. Why are you so behindert? Motherfucker. Naja, immer noch besser als manch anders. Aber man merkt schon, dass das nach, ähm... Resident Evil kam, weil die von Resident Evil sind ja auch so puzzleverrückt. Yeah. Okay, es lädt. Aha. Es ist nun mal in der Schule. Es ist immer noch fucking dunkel. Die Karte von der Schule. Nee, ich will sie nicht mitnehmen. Ich will sie da lassen. Ich will gar nicht wissen, wo ich bin und was ich machen kann. So, ihr müsst... Das ist das Problem im Spiel. Man muss irgendwie, äh, aufmerksam sein. Irgendwie, äh, überall gucken und, äh, tun. Weil irgendwo könnte wieder so ein Zettel sein, ne? Äh, und... Ohne den könnt ihr wahrscheinlich dann nicht weiter. So, was ist das? So, Muren, Ronaldo, Goddan must be the list of the teachers. Ja, interessiert mich auch. Wohl, wer weiß. Vielleicht interessiert es mich wirklich. Okay, blutverschmiertes Blabla. Anscheinend haben die irgendwie, ähm, keine Tinte mehr gehabt. So, Alchemy Laboratory. Gold is an old man's palm. The future hidden in his fist. Exchange for... Sages Water. Sages Wasser? Sage, Naruto, was hast du hier verloren? Nee, aber auf jeden Fall ist das ein Hinweis. Nehme ich an. Ein Rätsel. Also sonst würde es da nicht hingeschrieben sein. So, stimmt, stimmt. Ja, es ist schon. Darkness that brights the clocking heat. Flame render the silence. Awakening the hungry beast. Open time store to beacon prey. Aha. Okay. Was damit? Written in Blood? Ja, ist mir schon klar. A place with songs and sound. A silver guild post is untapped in me. Lost Tongues. Awakening at the ordinary order. Oh, äh, nee. Ordained order. Ordained? Was ist das so? Hä, heißt das? Na, auf jeden Fall noch irgendwas. Silber und Gold, also, ähm. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich wie diese Medaillen in Resident Evil 1. Ui, nice. Picture of a door. I don't know who drew it, but it is certainly in bad taste. Naja, ich finde es sieht auf jeden Fall ein bisschen creepy aus. Ob das was mit Silent Hill 4, the door, zu tun hat? Boah, jedes Mal, wenn ich an so einem Fenster vorbeilaufe, ne? Ich denke, jedes Mal irgendwie platzt ein Zombie gleich durch. Oder so ein Kanarienvogel. Super großen Version wie bei, also wie am Anfang. Naja. Auf jeden Fall, wir machen jetzt hier einen Cut. Und, ähm. Ähm, yeah, halli, hallo, trilalalöle. Ähm, Moment. So. Ihr fragt sich jetzt bestimmt. Moment, wieso hört seine Stimme so komisch an? Und wieso zwölf dieser Schnitt? Ähm, ich weiß nicht, ob ich es verlinkt habe, aber... Wenn ihr WTF14 geguckt habt, wisst ihr wieso. Weshalb, warum. Denn es hat nichts mit mir zu tun. Aber egal, zurück zur Zeit, natürlich. It's locked. Natürlich ist das. So, wir mussten eine Hand finden. Und, äh... Oh, was ist hier? Genau, ähm. In der Hand liegt eine Medaille anscheinend. Oh, hier können wir speichern eigentlich. Ähm. Das habe ich voll verplant, was ich jetzt hier machen wollte. Ähm. Ah, genau. So, in einer Hand liegt, äh, irgendwas, was wir brauchen anscheinend. Und dafür brauchen wir erstmal aus dem Chemieraum irgendein Chemikalium, die aufzulösen. Und ein Klavierraum. Ist wohl ein Klavier, wo wir irgendwas spielen müssen, damit die... Keine Ahnung. Ich verstehe diese Art von Rätsel schon lang nicht mehr. Übrigens, ist euch aufgefallen, dass ich ein neues Mikro habe? Mhm. Es ist jetzt kein neues, aber es wurde mir von einem Freund gegeben, ähm... Er hat schon ein neues, weil die Kopfhörer sind irgendwie kaputt bei ihm. Oh Gott, ey. Ah, genau. Hierfür war das, ne? Genau. Ah, pisse dich. Pisse dich. Pisse dich. Ähm. Und ja, er braucht es einfach nicht mehr. Und deswegen hat er... Oh! Oh Gott, da bin ich erschreckt. Oh. Hässliche... Was ist das? Was sind das? Grundschüler? So, ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Genau, und deswegen hat er mir das eins gegeben. Also ich müsste mich jetzt viel, viel besser... Und ja, das Rauschen müsste weg sein. Ähm... Ja, sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Äh... Ne, 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 das kann ich mir openen, ja, okay. Dann gucken wir erst mal auf die Karte. So, die ist verschlossen. Was sind wir denn gerade reingekommen? Achso, nicht, ist die gleiche Schule, stimmt. Äh, ja, okay. Die... Hall... Teachers' Room, Teachers' Room, Reception, Classroom, Classroom. Gehen wir mal die Treppe rufen, wir müssen die hier durch, ne? Okay. Okay. Aha. Das ist wenigstens was Gutes, weil, ähm... Man erfährt wenigstens direkt... Ähm... Und wird das in der Karte eingezeichnet. Ne? Quasi, ja, ist abgeschlossen neben... Oh! Uff! Sorry. Kommst nicht drehen. Und so. Ich nehme an, ich muss das auch verschlossen. Nein. Ui, nice. So, Lab Equipment Room. Chemistrilab. Okay, ich nehme an, ich müssen erst mal hier rein. Stiliertes Wasser. Okay. Okay. Wird ihr das auch, oder? Bin ich einfach nur behindert gerade. Okay. Okay. Treffer Code ist auch nicht gerade gut. Okay. Hier ist noch nichts mehr. Geh, äh... Geh, äh... Geh mal ein Chemielabor. Ah, das ist ja die Hand. Genau. Wie es uns vorausgesagt wurde. Statue of a old man's hand. Achso, das ist kein Echthand. Äh... The fist should tight is never let go. Aha. Äh, ne, das ist es nicht. Das ist Pause. Ah, da. Äh... Use. Ups, sorry. My bad. Oh, Patronen. Die sind immer gut. Ich muss sagen, die geizen doch nicht mit Munition. Ich hab zuerst gedacht, die werden übelst mit Munition geizen. Und, äh... Ich krieg gar nichts. Aber was mir wieder die Frage bringt, wenn diese Dinger in diesen Uhrending da drin stecken sollten, damit das Ding irgendwie funktioniert, was... wiederum gar keinen Sinn macht, weil... Naja. Ach stimmt, die Trispawn hab ich vergessen. Was ist das? Ach Gott! Komm, das Ding auf einmal her! Ich hab doch dieses... Ich hasse dieses Spiel. Jetzt schon. So, äh... Was ist das hier? Library, reserve, library, classroom, classroom. Da, music room. Und da müssen wir hin. So, locker room. Ne, ich glaub, music room, ja. Nehmen wir vorher mal hier rein. It's locked. Of course it is. Okay, wo sind die Viecher? Ich hör euch doch. Nein, wir lassen's da. Wir nehmen's nicht mit. Oh Gott. Was sind die Dinge eigentlich? Die sind voll süß. Oh. Die tun einem nix. Das ist voll putzig. Junge. Junge. Hier ist so viel Scheiße. Aber nichts davon kann ich irgendwie lesen. Oder irgendwie. Dass es einen Hinweis gibt. Oder irgendwas. Das ist ja Hannah Montana. Also was ist denn? Es ist unlockt jetzt. Huhu. Aber wir machen eh gleich jetzt einen Cut, damit ich hier wenigstens jedes Mal 15 Minuten Parts machen kann. Oder? Ja, machen wir auch gleich. Gehen wir in die andere Halle. Andere Halle. Ja, ist auch richtig. Oh, die respawnen doch nicht anscheinend. So, ich würd sagen, da machen wir hier einen Cut. Damit's hier schöne, äh, wie gesagt, 15 Minuten Parts sind. So, ich schau mal eine Ges... Oh, 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 oh. Acht. Drei. Health injury to provide moderation. Sevenness recovery. Supplies natural to use. Use. Okay. Wow, das war jetzt aber übelst knapp gewesen. Also ich sag schon mal, bis dann vom Hausen. Tschüss.